Ja, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Feed the Beast Infinity. Wir sind in der letzten Folge dabei stehen geblieben, dass ich zum Schluss Sachen gesucht habe, die mir gerade nicht anfallen wollen. Ich habe nach Poison Ivy gesucht, genau. Und bin mit dem ganzen Scheiß wieder zurückgekommen, habe es gefunden. Poison Ivy habe ich auch noch Schleim gefunden. Green Slime habe ich auch noch Schleim rausbekommen. Von daher haben wir jetzt erstmal genug Slime-Boards und können, wenn ich mich nicht ganz täusche, damit jetzt so ziemlich einiges bauen. Das Problem ist, ich glaube wir können trotzdem nicht diese... Slime, Moment. Ich glaube nicht, dass wir die da rausmachen können. Nee. Okay. Aber was wir machen können ist, wir können jetzt erstmal so einen... ...Sticky... ...Piston machen. Das ist ja nicht so ein Scheiß-Ding. Da. Dementsprechend können wir auch einen Usage-Import-Bus bauen. Wie ich nicht so doof wäre, wenn man zu blöd zum Klicken wäre, hätte ich sogar schon eingebaut. Fahrt weg damit. Dann kommt der weg. Dann kommt der... Jetzt komme ich da unten nicht dran. So, jetzt kommt der Import-Bus da dran. Und der kommt da hin. Und der kommt da hin. Und... ...Device Online. Die werden da jetzt rausgezogen und werden hier hoffentlich reingepackt, oder? Grafit-Bar. Ja. Sehr schön. Dann könnten wir überlegen, ob wir so eine Dinger auch noch unter die äh... ...unter die Dinger hier bauen. Unter die Redstone-Förlustes. Damit wir die Truhe entlassen. Wir könnten das auch an eine Truhe einschließen. Moment. Emi-Import. Hier brauchen wir die Dinger auch mal. Und so ein Ding. Naja, hab ich jetzt keinen Bock drauf. Wir haben auch noch einiges für die Schmelze hier gefunden. Wir haben hier noch ein paar Bricks dafür. Wir haben hier noch so einen komischen Laden hier gefunden, wo wir diese Dinger bekommen. Und viel Scheiß hab ich gefunden. Und jetzt soll ich mal halt das da rausnehmen. Das kann noch weg. Glas brauch ich noch. Ähm... Das wollte ich noch haben. Das war's erstmal. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen was davon rausnehmen. Wollen wir mal neun. Also eigentlich nur acht. Aber ja. Jetzt machen wir das da rum. Und das geht nicht. Okay. Wir brauchen jetzt die Poison Ivy. Wo ich mir grad frage, wo hab ich hier auch angeringlicht? Ich glaub schon, ne? Wer war das? Neun? Oder acht? Oder sechs? Ich weiß es nicht mehr. Ah, hier unten hab ich die. Was? Poison Jar Extrakt. Okay. Na, jetzt muss man das alles mal einzeln machen. Wie nervig ist das denn jetzt? Was ist das hier? Redstone. So, hier ist der Scheiß. Ich krieg dann nur ein Fleisch raus. Das ist aber auch nicht besonders ergiebig. Liebe Freunde. Der leichten und sechten Unterhaltung. So, haben wir jetzt aber 24 Fleisch nochmal. Die können wir jetzt alle nochmal mit reinpacken. Ach, jetzt weiß ich auch, wo die drei Fleisch hin sind. Ich möchte mich dazu jetzt nicht äußern. Ich hab die, glaub ich, in der letzten oder vorletzten Folge gesucht, die Dinger. Ich hab mich gefragt, wo die hin sind. Und jetzt hab ich gerade gemerkt... Oh, man kann hier auch rota scrollen. Ja, das ist peinlich. Machen wir 20 Millimeter? Was? Wo? Dahinten. Halt's Maul! Komm her! So, wo sind die... Was bist du denn für ein Angry-Zombie? Aha. Und trotzdem ist er tot. Da ist noch einer. Sind wir hier, Fukushima? Da ist ein Creeper. Ah! Nicht... Spreng! Nein! Okay, die machen scheinbar keinen Flächenschaden. Das ist besser, oder? Noch ein Fleisch. Na, Kollege. Was willst du so? Au, 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 au. Nicht gut. Müssen wir halt so ein Angry-Hehren fressen. Das müssen wir mal reinlegen. Das ist besser. Jetzt gerne bewusst habe ich hier noch was zu essen drin. 17 Raw Beef. Braten wir die mal gerade. Den Luf, der da eigentlich gar nicht für gedacht ist. Okay, hier haben wir jetzt auch viel Scheiß drin. Dadurch, dass wir erst hier oben angefangen haben zu graben. Aber hier kommt schon sehr viel, sehr viele Sachen durch. Vor allem Steinen momentan viel. Den wir überhaupt nicht brauchen jetzt. Hier ist auch wieder Wasser da unten. Na toll. Aber hier haben wir genau durchgeschnitten. Das heißt, mit ein paar einfachen Steinen... ...müsste ich das Wasser wegmachen können. Mal gucken, ob das damit weg geht. Ich hoffe doch. So. Ja. Sehr schön. Das ist das Wasser hier weg. Geht mir das nicht mehr auf die Nerven. Wir müssen immer nochmal diesen ganzen Berg hier ab... ...den ganzen Berg hier abtragen. Aber das machen wir definitiv nicht jetzt. Mal schön aktualisieren hier. Das Wasser auch wegfließt. Und Wasser ist weg. Sehr schön. Sollte es auch allzu schnell nichts nachkommen am Wasser. Hoffentlich. Hier ist noch einiges unterwegs. An Stein fallen. Was uns nicht so ein Licht weiterbringt. Überhaupt nicht eigentlich. Kann ich die Schere mal wieder weglegen. Jetzt wollte ich eigentlich gerade gucken, ob ich da mal ein Beef... Ach hier. Sehr schön. Das ist feinstes Koberind. Wir nehmen gerade so eine Energy Cell hier mit. Und tauschen die aus gegen die hier. Kann ich die direkt dran beziehen, ob ich ein Kabel brauche? Scheinbar nicht. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn das ginge. Oder? Sind wir mal herrlich. Das wäre einfach... Das wäre ja... Das könnte ja funktionieren. Das wäre ja langweilig. Ähm... Wo sind denn jetzt die Dinger? Da. Ich brauche nur noch einen einzigen, das ist das schöne dran. Und kriegt der keinen Saft. Weil ich hier den Opel rausgestellt habe. Deswegen kriegt der keinen Saft. Der dürfte mit auch wieder arbeiten. Ähm... Äh... Ja... Genau. Pink... Wie kriegt man diesen Pink Slam nochmal? Da. Ich muss auch... Pink Slam Crystal. Pink Slime Ball. Dimensional Dungeon Chest. Aha. Also wir müssen irgendwie... Den findet man in irgendwelchen Truhen. So wie es mir scheint. Oder halt im Slaughterhaus, wenn man... mit... Okay, wir müssten... Wir müssten jetzt also immer zusehen, dass wir... Tiere bekommen. Diese Tiere müssten wir dann schlachten im Schlachthaus. Ist das richtig? Ja, tue ich. Dann wäre ich dafür. Wir nehmen jetzt... Hab ich hier hier reingelegt? Und wo liegen die? Moment. Saffarinet. Schwein. Schwein. Was brauchen Schweine zum Paaren? Kartoffeln. Kartoffeln. Karotten. Ich weiß es nicht. Wo baue ich die Sachen? Sind die hier? Die müssten... Karotten drin sein. Das weiß ich. Da sind Karotten. Und... da sind Kartoffeln. Nehmen wir die beiden Sachen mal... und gehen da hinten hin. Komm Freunde. Geht hier mal wieder rein. Ich mach das ganze Ding nochmal tiefer. Das ganze Ding noch zwei tiefer. Alter, was baut der Erde schnell ab? Hier mit dem Drill. Mit dem Drill. Und das ist ein bisschen problematisch immer. Das kann hier bleiben. Aber das muss weg. So Freunde. Jetzt geht... Ey. Komm mit. Edgar. Das Schwein. Name ist Edgar Wallace. Alles Kollege. Drückt mich auf. Hallo Schwein. Komm. Das Schwein, ne? Hat glaube ich irgendeine... Mach doch was er wollt. Gut. Ich werde jetzt erst... Boah. Kann man das... Procktop eigentlich auch hier drin schmelzen? Ne. Das hab ich schon ausprobiert. Das geht nicht. Mit 45mm. Hopp. Und wieder mal ein Blatt. Machen wir mal eine Kartoffel drin. Ich glaube ich möchte es gar nicht wissen. Ey. Wo ist mein Fleisch? Da ist mein Fleisch. Das da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Aber bei dem Fleisch möchte ich gerade noch was ausprobieren. Und zwar... Kann ich... Ne. Okay. War ein Versuch wert. Aber ne es geht nicht. Die muss ich jetzt auch wieder anschließen. So. Lädt die sich auf. Ja. Okay. Dann würde ich sagen. War es jetzt für diese Folge hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es dann wieder heißt. Let's play Minecraft. Feed the Beast. Wir brauchen dringend größte Generator für hier. Wenn es dann wieder heißt. Let's play Minecraft. Feed the Beast Infinity. Dann war es jetzt für diese Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann sage ich tschüss. Bis zur nächsten Folge. Und die habe ich auch voll wiederholt. Tschüss.